An den Stränden des Perlenmeers In den dampfenden Dschungeln des Südens Findet sich ein Geheimnis aus längst vergessener Zeit Das deres Zukunft verändern wird Herr der Nacht Am 29. Dezember um 17 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Nickneck Das war der Storytrainer für Herr der Nacht Ein Langzeitprojekt, was ich mit Nickneck gestartet habe Bei Herr der Nacht handelt es sich übrigens um eine Tischrunde DSA Die wir mit modernster Technik aufgenommen haben Und wenn ihr wissen wollt, wer der Herr der Nacht ist Solltet ihr am 29. Dezember um 17 Uhr einschalten Und zwar den YouTube-Kanal von Nickneck